wieder willkommen bei seven days to die und ich weiß nicht welche folge das ist kommt auch ran wie ich es zusammen schneide aber wir werden den blutmund weil ich hatte jetzt schon von meiner frau und von kohl kopf habe ich gehört man sollte er ja den blutmund woanders verbringen als zu hause es sei denn man hat ford nox was brauche ich für feile noch mal ganz kurz die steinfall hätte kurz war ja habe ich vorhin weil ich glaube letztes mal schon gemacht dass den sound ein bisschen runter geregelt okay also ich produziere gerade circa 95 feile schon mal ist dass wir nur ein bogen meinst du bauen können ja bogen es gibt auch einen holzbogen dafür brauchen wir aber entweder bogen schießen oder bauplan schießen habe ich noch einen punkt den ich versetzen kann ein punkt habe ich noch bogen bogen präzisions schütze ja da kannst du einen crossbow also wenn du ein punkt hast ja warte mal wo ist der wo ist denn der bogen schießen sehe ich ja okay ich setze mal ein punkt drauf mal gucken was jetzt machen kann ein holzbogen dafür bräuchten wir aber bogen armbrust teile ja gibt's nicht eine eiserne armbrust können wir machen mit ich weiß nicht was das ist beschreibung freigeschaltet ich glaube an einer werkbank eiserne armbrust die werkbank brauchen wir die warte mal also mache ich denn jetzt schon einen primitiven bogen mit einer höheren stufe oder nicht warte dumm 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 so so yo 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 pass auf warte mal kann ich noch einen bogen machen hier ich lass schon mal einen drop hier und hier feile schon mal so das ach so ich hab hier noch ein eine mod drin ok die erstmal raus abschließen dann kann ich den bogen erstmal zerlegen so den verändern die mod da rein was machte die mod nochmal pfeilauflage mod so ok 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 also wir brauchen unbedingt mehr holz so ich tue mal alles da rein hier was ich nicht brauche ähm weil ich denke mal wir werden nicht wieder kommen ich denke mal wir kommen nicht hier hin dann ja also wir werden jetzt in die stadt gehen looten ähm und ja das war's ja ich weiß gar nicht steroide tierfett ich lass alles hier alles hier steinsperr ok kann ich gebrauchen waffe kann ich auch gebrauchen äh 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 spitzacke lass ich erstmal da ok die rahmen lass ich auch mal hier ach so ach so ach ich muss was trinken ähm und essen auch ich lass das holz da mal hier die steine da haben wir hier ja holz sollten wir mitnehmen ne wenn du holz hast weil wir müssen dort ja so spikes hin machen bestimmt wo auch immer also ich denke mal wir gehen zu unserem alten feuer deswegen nehme ich mal steine dingsbums mit äh was angepasste fittings mod ok fortbites so irgendwas irgendwie konnte man doch auch molotovs machen ich denke mal die werden auch gut sein molotov cocktail munition benzin stoff fetzen leerer wasserkrug und öl das kriege ich hin oh haben wir noch irgendwo benzin ne ne das muss oben sein ja haben wir aber wir brauchen ja wir brauchen 300 für benzin also für molotov weißt du 300 liter benzin für molotov okay das ist fair hier sind auch nochmal stoff fetzen ach ne die brauche ich halt jetzt noch nicht wenn ich ach guck mal ich nehme sie einfach mal mit Fackel Eisenteile Pfeile ja ich glaube ich bin soweit ready zum zum losgehen ja ich werde ready sein ähm Tür ist hinzu ja Speer tue ich nach unten rein Schraubenschlüssel tue ich mal hier hinten rein die Schauf lasse ich mal hier die werden wir wohl nicht brauchen Pistol Fackel ja ok und was essbares haben wir ja nicht mehr hier drin ne ne einfach noch ein dick sozusagen oh ok muss ich jetzt essen du 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 hier ist auch nichts mehr drin ok wir kochen was äh ok 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 so schraubenschlüssel habe ich mit für die mechanischen teile ja ab einem gewissen tag äh ist der loot wieder aufgefüllt ne ich weiß jetzt gar nicht was die Standereinstellung ist also response ja genau auch noch wenn du siehst aloe wäre ja ich glaube da müssen wir mal in der wüste oder so hm da vorne läuft ein zombie ich mach schon mal ein bisschen holz für spikes und so mal mal hier waren wir zuerst ja genau das haus hat sich jetzt erst einmal ausgebaut kisten dass er noch liegt ja ich habe schon gesehen funktionieren deshalb funktionierendes auto brauchen wir ja ich gehe einfach mal die straße runter ich glaube oder geht das hier sind eine art klimaanlage ja ich glaube irgendwelche teile kenne ich noch nicht wovon ich habe die gäste die wir haben ok ich habe übrigens ein mechanisches teil schon mal ich glaube gar nichts dann habe es auch von der lampe bekommen die teile ich hatte etwas ja ohne eiserne feuerachs habe ich hier so wir brauchen auch sie mich ansteuer ich habe ich habe glaube ich ich habe mich nicht wir mussten aber warten hier werden wir das nicht bauen ja ja mach mal nicht so eine welle hier also ich habe jetzt wie viel mechanische teile 9 ja reicht so dann mache ich hier aber noch einmal weiter ok das auch noch das polizeiauto so hier ist auch noch dieses auto hier ist irgendwo ein zombie beschäftigt irgendwas durch so keine ausdauer so 17 mechanische teile schon mal oh das wenn du noch drei drei fünf dabei dann können wir jetzt zwei bauen ja ich bin dabei ich bin dabei ok komm schon komm schon komm schon elektrische teile und schiffe dann so wieder ich habe auch auf das riese wie das aussieht okay ich habe jetzt 24 mechanische teile das reicht das heißt okay ich denke mal die hier würden die leichen aufstehen oder so versuch ein safe zu kreken ach so ja mach mal was für ein sack hat er mich erwischt das schaffe ich nicht aber wie viel also theoretisch ich habe einmal schon ein ja einer wird immer aufgebraucht irgendwie habe drei benötziert dann habe ich nicht das messer noch da 206 ach das gibt nur noch blautes fleisch scheiße okay ich komme zurück ne das gibt nur verfaultes fleisch ausdauer fällt meine blödes sandwich gefressen jetzt bin ich krack du hast ein blödes sandwich gegessen was die ganze zeit auf close was sagt das nice Tee wir haben kein Tee ne ich glaube ich habe auch kein Tee oh bogen schießen für ranger warte mal ich weiß nicht ob ich das schon habe band was ist das band 3 bogen schießen für ranger irgendwo waren noch hier bücher die man achso bücher ach da bogen schießen für ranger ne hab ich noch nicht ok ok jetzt bin ich bogen schießen äh pro nice was ist das hin oh oh scheiße das hätte überhaupt nieder ja ich hab was gehört wo bist du denn im gelbenhaus ja ich hab's ja noch gegen zombies oder was machst du da ja ich versuche im keller zu kommen da gibt es bestimmt noch ein zombie also ich hab jetzt zweimal aloe vera und glas honig oh 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 du hast aber nicht gut aufgeräumt hier auf der straße hier kommt eine um die ecke ich komme eine um die ecke ich komme überall hier äh so ich weiß nicht da bist du ja die kommen alle nacheinander jetzt ich habe doch nur teuer und habe auch shit auf ich habe so ich habe so ich bin ich bin gewirkt ich bin ich bin ich bin ich bin er Mein Speer ist so gut wie kaputt. Trubbeles Wasser. Oh, hier ist was. So. Shamway. Okay, was ist drin? Eine Hopfenblume. Wir können demnächst Bier machen. Ich brauche Hoppe. Rosttee. Zerlegen. Tierfett brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich den Schnaps auch nicht. Hopfenblume nehmen wir mal mit. Ich weiß es nicht. Willkommen heute. Kann ich das machen? Oh, da ist noch einer. Fortgeschritten gedämpfte Verbindungs-Mod. Wofür? Verschränkt den Lärm von Rüstung enorm. Ne, ist das. Also das Problem ist, ich bin voll, ne? Ich bin mega voll. Ah, du? Oh Gott, hier ist... Du warst schon... Oh, überall? Oh, du bist... Ja, nicht überall. So, ich habe jetzt fünf Steroide, ne? Oh, nice. Also volle, volle Packung hier. So, Honig habe ich doch auch. Die Schiene nehme ich auch mit. Oh, hier ist noch eine. Was ist das? Beschwerter Kopf-Mod. Eine Monika für alle Nackermwaffen und Werkzeuge. Zusätzliche Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Oh, die ist gar nicht schlecht. Ähm... Tja, irgendwas muss ich hier lassen. Ander hoch. Hä? Ach, Hände hoch? Oh. Sechs... Kürger, also. Ja, ich kann, glaube ich, noch was essen. Oh, was war das? Ich muss auch. Das waren irgendwelche Tabletten. So, ich kann auch Besuche nach Essen. Oh, ich hätte das lesen sollen. Ich glaube, jetzt gaine ich gerade Erfahrung plus. Irgendwas habe ich, äh... Warte mal. Ich kann ja gucken, was das für ein Zustand ist. Was ist das für ein Zustand? Fortbytes. Ach, erhöht enorm deinen Schadenswiderstand. Okay. Ach, hier ist die Küche. Also, ich muss mal irgendwo... So, ich gehe schon mal zu unserer, äh, zu unserem Lagerfeuer dahinten, ne? Ja. Ich bin durstig. Ich brauche ja noch... ...das Essen zu... Okay. Oh, hier ist ein Hund! Was ist das für ein Zustand? Ey, scheiße! Äh, was habe ich für ein Zustand? Bluten! Warte mal, ich habe doch hier was. Was habe ich da? Oh Gott! Ich bin total im Arsch! Okay. Also, ich habe die Schiene, die ich gerade gefunden habe, sofort benutzen müssen. Also, ist weg. Äh, plus... Was habe ich noch? Ich bin durstig. Wieso bin ich die ganze Zeit durstig? Habe ich mir irgendeine Krankheit? Leichte Infektion. Aber Dessentrie, also... Oh, was ist das jetzt für ein Zustand? Ich habe hier nur Zustände, die ganze Zeit. Behandelte, leichte Infektion, durstig, geschiente Arme, Schürfwunde... Oh Gott! Übrigens, wenn du infiziert bist... Das hatte ich ja, hatte ich von meiner Frau... Dann hilft dir, äh, Honig. Wenn du jetzt gerade infiziert bist, trink Honig, dann ist die Infektion weg. Was man aber... Honig haben... Ne, ist gut zu wissen. Also, es hat... Es sagt hier jetzt auch eine Form von Tee. Kann dann helfen beim... Falsches Essen. Du bist tot. Sehr gut. Ich habe hier schon wieder irgendwas gehört. So, für Mollet... Ach, das rottende Fleisch kommt weg. Bist du hier? Ja. Ja, hier ist noch eine, äh, Garage. Da oben ist auch, äh... Das sieht da Essen aus. Hast du noch Platz im Inventar? Ja. Ja, komm rein. Was ist das? Okay. Oh. Keine Aufmerksamkeit. Was? Habe ich das auch? Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö jetzt hätte ich besser stehen wenn du euch jetzt da ganz schön bauplan geländefahrzeug scheinwerfer so wir haben jetzt hier hier lang hier das haus ist das glaube ich ich bin ich habe 18 hält ich habe weiß nicht was von ein verdammter vogel das ist nicht unser haus verdammt immer mit der ruhe das ist unser haus da das ist unser haus da ja geht tot und nicht rechtlich ja ja nicht nur das wird dort und konnte macht 69 mit dir ja oder in der Nähe von einem Bett ich bin mir sicher dass wir den schon mal durchsucht hatten bauplan scheinwerfer ich habe ein robotik geschützturm ein fertigen die werden wir bestimmt brauchen diese nacht bei der braucht der irgendwie braucht der schuss braucht der schuss kannst du robotiker teilen sekundär auf dem boden stationieren verwende schrott geschützturm munition ach du scheiße dann müssen wir gucken schrott geschützturm munition schrott automatische schrott flinten schützturm was war schrott geschmatt ich weiß es auch nicht schrott geschützt habe ich doch das schreibe ich mal nur geschützturm robotik geschützturm munition ich hoffe das ist das richtige oh gott bist du schon wieder hier ja ach ne ich hatte gerade einen zombie so komm her ja so warte mal ok so sagen wir mal der schützt aufrüsten ausrüsten verändern leere kosmetik leere modifikator ich frage mich gerade ich wusste immer aus also er hat jetzt 64 schuss warte mal die muss oben auf dach oder ja wo gehen wir denn mit also ich sitze mehr warte mal die frage ist jetzt gehen wir oben wo unser feuer ist hin oder gehen wir hier hier drin war doch auch irgendwo ja also wir müssen sicht haben also wir müssen auf das sachen gehen ja warte ich schau mal kurz hier nach so was ein jagdmesser geil ok also ich habe dreimal aloe vera ne oh nice die brauche ich damit ich äh first aid machen kann was bringt das denn eigentlich ja pass mal auf hier ist doch auch noch äh ja genau entweder aufs dach oder hier oder wir bauen aber kein wir haben keinen chance vom weg zu kommen ja doch wir müssen hier uns ein loch machen jetzt am besten ganz hinten ja mal gucken mhm und was hier vorne das spike tritt äh die ganze sache mit spike tritt ja genau machen wir spikes hin abg normale ja hauptzeit ja klar ich glaube kein ne ok hier sitzt nur sie sind n gebiet schutz holzform ich mache gerade 30 30 spikes ich glaube mir geht es auch nicht gut er ist ganz nur um stöhnen das einzige nachteil ist dass so wenige experten erst die rote baukepäck aber du hast ja klar das ist also wie gesagt was haben quasi so ein xp malus so die frage ist ich weiß auch nicht ob die den geschützturm angreifen das ganze mache hier dichter pass auf hier ist ja noch die mine nicht dass du da rein auf ich bin da jetzt holzstachel voller das ist doch gut ne da in die ecke kann ich nicht dass das dach stimmt stimmt was habe ich denn jetzt was ich habe mir irgendeine krankheit angefangen 100 pro ich verstehe das aber nicht wieso dehydriert mit der zeit töten dass sie geschiedene arme ich habe nur eine schürfunde ich weiß nicht warum der plötzlich hier hat es auch hinter dir ist die mine ja okay aber das ist jetzt nur wenn sie dadurch kommen erländer durch den anderen auf der anderen seite könnte ja nicht kommen weil sonst haben wir hier auch kein fluchtweg naja aber hier haben wir genug zeit um zu schießen ja gut okay pass auf dann stelle ich mal hier diesen pass auf warte genau aber sicher sein dass da kein anderer weg ist guck dir das mal an guck dir das mal an so machen wir hier dann ja hier kommen wir auch wieder zum lagerfeuer geil geil also diese geschützung ist ja wahrscheinlich richtig geil ich muss aber kannst du hast du eisen hier 30 ok warte mal ich hatte irgendwo ich hatte das gemacht geschützt turm robotik geschützt zur munition 10 noch ok was hat ihre dose wo ist die leere dose ist die leere du weiß ich jetzt nicht ok hier sind noch jetons aber kein eisen mehr so mechanische teile willst du in dein inventar packen oder ja macht es so ich habe nein 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 das ist nicht nur ob du die jetzt im inventar haben willst oder hier ob ich die in der kiste lassen soll ne ich gebe ein inventar weil wenn wir zurückgehen vergessen wird es und ich stecke aber jetzt 22 ja ok warte ich tu die pass auf ich tu dir jetzt ein molotov drei stück für dich 27 mechanische teile tu ich hier rein kannst gleich rausholen batterie für autos weiß ich nicht übrigens jetzt komm mal kurz her vielleicht kannst du auch mehr tragen hol dir mal hier drin einmal den molotov raus und das ding die mechanischen teile und oben ist und oben ist so eine doppeltaschen mod ja nimm den mal raus und jetzt guck mal dein männchen an also dein charakter dann geh mal auf das was du äh an der brust trägst oder so ja und geh mal auf äh change bei dir vielleicht da steht ja nehmen oder verändern ne so wenn du auf change gehst dann steht da ja äh empty modification slot vielleicht i got it ach hast du drin ja alles klar dann müsstest du jetzt mehr tragen können stimmt stimmt sehr geil äh wir haben keine teile also nicht genug oder ja weiß ich nicht ja 49 ja erste nacht ist nicht so schwer hoffentlich hehehe mal gucken ich kann nur verkohltes wildbret machen oh das wird nicht so gut vielleicht habe ich irgendwas gegessen was nicht so gut war ich habe immer noch zu viel mit was ändern oh nice 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 ist jetzt hier noch eine mod Metallketten war nur für Knüppel ne das war keine ahnung das brauche ich nicht was ist eigentlich mit der Rüstung man kann Klebe machen das ist geil echt ja Knochen und murky water tubeless wasser ja gut zu wissen so kann ich mal hier kurz ähm ja das warte 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 ah das kann ok ja jetzt hab ich ganz schön viel Benzin ähm was auch für Molotow war das ja für Molotow was passt noch mehr äh warte mal light data ne 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 ich hab jetzt äh ja doch Stofffetzen Öl und leere Wasserkrüge hatte irgendwas ne jetzt fehlt mir schon wieder nur Benzin schon gut hat sich erlebt alles klar ähm die reich mal da rein warte muss mal gucken was genau für die workbench ähm 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 das das wäre gar das repariert hier ich lege hin ja 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 so was machen jetzt eigentlich die Schmerztabletten wuchtige Schläge wegzustecken und heilen dich schnell ein bisschen wie alle ach so nimm keine Schmerztabletten also es sei denn du hast äh Probleme oder oder so weil das äh macht total durstig anscheinend ok so Steinachs zerlegen ähm wie war das auch so Pfeile äh Steinpfeile wieso sehe ich das nicht Steinpfeile doch da war er Holz Holz und Feder ich brauche noch Holz also muss ich nochmal schnell aber ich auch nicht ja ich muss nochmal schnell zum Baum hier so oder Laterne ach die bringt nicht so viel Holz detalbe ge das ist wo das ist wie das ist das ist Prozent Kau mal auch noch mal was für uns zu viel mit das ist wirklich Pflanzenfasern brauche ich noch. Ich stelle uns aber jeweils schon mal einen zweiten Bogen her. So. Okay, das sollte doch jetzt... Also ich mache noch Pfeile, habe ich gerade... Ach, du hast hier auch schon alles voller Spikes. Äh, jetzt muss ich das schaffen. Nein! Also bin ich in die Spikes, bin ich in die Spikes. Aber bei meinem Gewicht, ach du Scheiße. Ich bin schon wieder durstig. Oh, hast du noch was zu essen gemacht? Nee, bisher konnte ich nicht, ich konnte nichts machen. Ich schaffe das nicht. Aber das wird vermutlich ein Problem sein. Ja, Kochpott kann ich reintun. Aber ich glaube nicht mit Kochpott. Ich habe leider keine Rost bei. Nee, Essen ist ein Problem. Na ja, komm. Muss leider sein. Hier kommt eine Zombieherde. Hey. Warte. Ach, ich... Was? Es ist Tag über. Ich weiß. Das ist wohl eine Herde, die zieht einfach vorbei. Die anderen laufen nämlich einfach weiter. Wenn du gleich hier zu uns kommst wieder, ne? Dann kannst du einfach... Und da hinten blitzt es. Hey, was soll das für eine Scheiße? So. Pass auf, ich lichte nochmal einen Bogen hier, dann hast du zwei. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es gesehen. Okay, zumindest wissen wir, dass wir nicht das Gerüst hochkommen, ne? Oh, die versuchen zu springen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, dass wir nicht vorher despauen. Ja, okay. Ich mache eine Party unter dem Dach. Und jetzt kommen sie zu mir. Hä? Oh, der hat was fallen lassen. Oh Gott, bewege ich dich doch nicht. Oh. Danke dir. Ach, da ist noch einer, ja. Ich sehe. Okay, er hat Shotgun-Money und Thunfisch. Also ich glaube, wenn die mal einen Rucksack hinterlassen, dann ist das ordentlich... Dann ist aber irgendwas Schönes drin. So. 19 Uhr schon, 19 Uhr. Ich muss mein Hammer reparieren. Ja. Ey, ist noch nichts wieder aufgefüllt. Wie viel Trinken hast du eigentlich bei? Äh, 15. Okay, da muss ich mir gleich ein paar geben. Jo. Äh, im Feuer müsste gekochtes Fleisch sein, zwei Stück. Oh Gott. Ja. Wasser liegt neben dem Feuer. Ja. Ja. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Äh, was hab ich denn jetzt schon wieder für ein Symbol da? Ach, ein geschienter Arm. Also wir sind zwei Krüppel. Ich lege erst mal alles hier hin, was ich nicht unbedingt brauche. Das kostet nur Platz. Okay, gekochte Wasser. Farbe, Kleber. Was ich unbedingt brauche, ist das? So. Da kann ich den reparieren. Ach, hätte ich gar nicht rausnehmen brauchen. Verändern. Okay. Du hast Shotgun, ne? Ja. Ja, dann lasst ich dir mal Shotgun Muni hier fallen. Danke. So, schmerzbar ist das? Da kommt wirklich gleich die zweite Runde. Nee, das war noch nicht der Blutmond. Das war nur nur, das war einfach nur eine Horde, die... Dann auch noch ein bisschen raus. Wo war jetzt der Eingang? Ach, du Scheiße. Okay. Da muss man mal aufpassen, wenn man raus springen. Wir haben hier noch alles voll. Ist hier von irgendwelchen Zeug. Ah, nicht ausrüsten und zerlegen. Da werden noch ganz viel. Fängt da nur um 10, ne? Ja, müsste um 10 Uhr anfangen. Hast du nicht Maschinengewehr? Achso, das war hier Maschinengewehr-Teile habe ich nur. Okay, schon gut. Wie viel Wasser habe ich denn jetzt? 6. Knochen, Knochen. Ne, die habe ich, glaube ich, weggepackt, ne? Ölschiefer, was ist das? Motorwerkzeug-Teile. Und ich glaube, das geht dann bis 4 Uhr morgens. Oh, das ist, äh... Ziemlich krass. Also, was bei Theorie gemacht, äh, scheint erstmal gut zu sein. Ich sehe aber keine Nebenwirkungen. Dann, gib mir einen Shot. Grober Schrot, Gewährteile. Grober Schrot, Schrot-Patrone. Achso, dafür brauche ich die Werkbank, ne? Schießpulver, Papier und grober Schrot, okay. Grober Schrot machen wir, glaube ich, an der Schmiede. Kleber 2. Aber gut. Äh, wie viel Shotgun-Muni hast du denn? Äh, prr, 70. Na ja, gut, okay, dann brauche ich mir jetzt extra keine extra machen. Okay, ich lade schon mal meine Waffen nach. Die ist nachgeladen, repariert. Pfeile habe ich 99. Gibt mir nochmal 15, oder so. Ja. Ich tue es oben beim Feuer hin. Täusche mich, aber dann guck mal, wird halt schon rot. Ja, ne? Ja, ja. Ach, du Scheiße. Also Pfeile liegen hier oben neben dem Feuer. Ich glaube, ich bin soweit ausgerüstet. Weißt du, was jetzt passiert? Was passiert jetzt? Der Cliffhanger. Ja, ja, klar, da müssen wir jetzt... Jetzt gehen wir frische Lüfter. Ja, da müssen wir aber ausmachen, ne? Äh, aber wenn wir einloggen, dann ist das doch wieder 9 Uhr. Ja, willst du jetzt vorher eine rauchen? Ja, warum nicht? Okay, komm, dann geh raus. Gleich mal. Jo. Okay, ja, so. Bis gleich.